Alles für den Alleskönner. Die Produkte von Continental für den Ford 1 Liter EcoBoost. Moin Leute, heute geht es um einen ganz besonderen Motor von Ford, den 1 Liter Ford EcoBoost. Man findet den Motor im Focus, Fiesta, aber auch im Connect Transporter. Seit 2012 auf dem Markt zeichnet er sich aus durch Hochdruckeinspritzung, Turboaufladung und die weltweit erste Zylinderabschaltung in einem Dreizylindermotor. Auch in Modellen Focus und Fiesta mit Mild-Tablet-System bildet der Motor die Basis. Und für diesen mehrfach prämierten Motor haben wir wirklich alles, was ihr im Rahmen der Wartung am Riementrieb benötigt. Werfen wir mal einen Blick auf das Ganze. Allgemein der Zahnriemen für den Zahnriementrieb, aber auch den Zahnriemen für die Ölpumpe. Das Ganze kombiniert in unserem Zahnriemen-Kit mit allen Umlenk- und Spannrollen. Weiter gucken wir auf den Kallrippenriemen. Den gibt es im Kallrippenriemen-Kit auch für die Mild-Tablet-Anwendungen mit Spannelement. Des Weiteren im Portfolio haben wir unsere Wasserpumpe auch separat erhältlich. Weitergehend noch den Generatorfreilauf und mehrere Montagesätze, damit bei der Wartung auch nichts schief geht. Seit 2012 wurde der Motor in vielen gängigen Ford-Modellen verbaut. Die kommen allmählich in die Werkstatt zur Wartung. Wie ihr seht, seid ihr mit unserem Produktportfolio und den Toolboxen V9 und V10 für die Arbeiten am Riementrieb bestens gerüstet. Alles klar, bis dann in der Werkstatt. Das war der cosa, bis dann in der Werkstatt. Werden aus dem Gebärmacht auf den Pfing. Immer noch im Auftrag, bis dann im Auftrag, bis dann in der Werkstatt. Wir machen auch, bis dann in der Werkstatt. Beideein! Untertitelung des ZDF, 2020